Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Kingdom Hearts 3. Wir sind hier immer noch dort, wo Ventus ruht, wo wir Aqua jetzt unterstützen sollen, ihn zu wecken. Und wie genau das vonstatten geht, sehen wir, wenn wir diese Treppe hier hochlaufen. Und das seht ihr schon, da liegt er. Sven. Ich bin sorry, dass es so lange dauert. Sven, wake up, open your eyes, please. Why? Your heart never found its way home? That was a neat trick. No wonder no one could find him. Oh, Benidus! Why are you here? Oh, I'm sorry to interrupt your touching reunion. But surely you won't begrudge me a moment with my brother. Huh? What? So Venti Wenti wants to keep sleeping. What am I ever going to do with you? Shut up! You better settle down there, Master. Aqua, I'll handle him. No. I'm ending this. But you haven't recovered yet. Sorry, but you've seen me too weak, too often. Now it's my turn to shine. Aqua! Ja, und jetzt steuern wir Aqua. Das ist richtig geil. Der Kampf ist echt mega nice. Die hat einfach eine nice Power mit diesem, mit dieser Ars Magikar. Die ist mega geil zu spielen einfach. Wie viel Schaden das macht denn? Der kommt nicht mal zum Zug so richtig. Das macht schon mega Bock. Ah, verdammt. Ja, komm schon. Und wieder Ars Magikar ist fertig. Ich könnte mich dran gewöhnen, mit der zu spielen. Ich will den ganzen King dem Harz teil, wo man nur sie steuert, für die genau diesen Kampf dreht. Wobei mir würde auch so ein Arena Mode reichen, wo man sie als Kämpferin nehmen kann. Das wäre auch geil. Das wäre auch geil. Achua! Ja, erinnert euch, was er gesagt hat. Ventes Herz ist in Sora. Ich muss aufwachen. Ja, sag mir, was zu tun. Das Macht des wachsensiv. Ich kann nicht. Ich noch nicht noch nicht. Du hast es nie verloren. Es schläft. Bis jemand braucht es. Falt zu es. Ich bin Falt. Mit all meinem Herz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Mickey, I cannot thank you enough for what you have done. And you, Aqua and Ventus, we are fortunate to have you back. Thank you. Thanks. I only wish we could have returned to help sooner. We're grateful to all of you for rescuing us. Thank you. I feel bad for letting you guys down. We tried, but we still haven't found Terra. Don't. He studied with Master Eraqus, just like us. He's our responsibility. Hmm. Mickey told me that you saved me in the Realm of Darkness. I should have gone to help you right away, but I was too inexperienced. I'm sorry. I know that I let you down. No. Just the opposite. Did you know Riku's a true Keyblade Master now? That's wonderful. That's it, too. Good for you. But Sora needs work. Yeah, rub it in. I'm happy to see that you haven't changed one bit. Huh? Sora, you probably don't remember. Um... Uh... Uh... It's okay. Ah, yes. Let us not forget our new Keyblade wielders. Lee, Kairi, you have made tremendous strides. Hey there. And that's future Keyblade Master. Kairi! Incredible. It is you. Huh? You know her? When you and I first met in Radiant Garden, the Unversed tried to attack a little girl. Do you remember? Oh, gosh! That little girl was Kairi? Hmm. I guess it must have worked. The spells that I cast on you. I'm sorry. Those days are hazy for me. But it sounds like I'd have been in trouble without you. So thank you. So thank you. Please. You were really very little. Anyone would forget. Hazy memory or not. This is all very touching, guys. But where do I fit in? Ven looks just like Roxas. Or is it Roxas looks just like Ven? And now I have to explain all of that to him, which is in itself a crazy long story. And apparently everybody already knows everyone, and this is an insane amount to get memorized. Sorry, Lee. You remember me? Yeah, of course. We're friends. I can't believe you became a Keyblade wielder just like me. Oh, yeah. Axel, you know Ven? Axel? Who's Axel? See? 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 Major Brainache. Huh? Now who? Not to worry, folks. To help us out, I've given each of you a gummy phone. They've got summaries of everything that's happened so far. That way, you can read up, if you'd like. And if anyone has any questions, we can call each other. That's like Jiminy. He's always prepared. Mm-hmm. Well, we've got our seven guardians. Yeah. But I do wish that Roxas and Naminé and Terra could be here with us, too. Since when do you mope, Sora? Come on. Terra's gotta be with the organization, which means we'll have a chance to save him. Leave it to Ven and I. We'll bring him home. Yeah. I made Terra a promise. I said I'd be there for him when he needs me. And I'll figure Roxas out. Don't know how, but I'll get him back. Naminé is right here, safe with me. I know that we'll find a way to help her. Trust me. I'm not giving up. Kyrie's right. We're all in this together, Sora. And Donald and I are no Keyblade wielders. But we'll always be right there to help keep you steady. We've got your back. Not just now, but always. Me and I will be��ze. I've got your back. I've got your back. I've got your back. I'm sorry. I'm sorry, but... I've got three of us. I can't squeeze my back to the game. I can't see my back. I can't see my back. You and my back. I can't see my back. Vielleicht könntest du sagen, dass wir neun Guardian mit Donald und Goofy haben. Aufgrund der Zeit, ich weiß, dass die anderen bald mit uns stehen. Ja! Heute, du zurück. Auf dem morgens, du gehörst du nach dem Fated Place. Ja! Die Stärken hier sind so schön. Ich habe sie als wir gekommen sind. Ja? Wir sind so lange ohne das. Ich weiß. Ich erinnere mich sehr. Von dir und Terra. Von Sora und seine Freunde, ich glaube. Und es gab noch mehr Leute, die ich nicht kennenzulernen. Oh, und... Ich habe diese wunderschöne Tiere. Es ist wie, ich bin Teil von einer großen Abenteuer. Ich bin auch in die Plätze. Ich bin auch in die Plätze. Aber bald wird alles zurückgekommen. Aber bald wird alles zurückgekommen. Ja. Hm. Da geht der doch aus, wenn man ihn zu lange liegen lässt. Okay. Ja. Okay. Okay. Aber letztens... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warum? Ich bin nicht hier, um zu kämpfen. Entschuldigung. Hey! Du kannst nicht alles essen. Warum hast du drei von ihnen gekauft? Eine für Roxas? Und zwei für gute Glück? Ich weiß nicht, weil ich es so fühlte, okay? Warum bist du hier? Entschuldigung? Nachdem wir noch Freunde waren, wir haben uns in den Kasteln. Ja. Und wir haben eine Freundin da, eine Frau. Wir haben Anselm die Wiese kennenzulernen, um sie zu retten. Ja, und wir verletzten. Ein Tag, sie war einfach weg. Sie verletzten. Ich habe nicht verletzten. Ein Tag, wir waren Anselm. Der nächste, Anselm der Wiese, ist auf und verletzt. Der Tag, wir waren keine Leute. Der Tag, wir machen keine Arbeit für Xemnas. Ich konnte nicht mit dir, mit dir. Der Tag, der Zähnort der Zähnort, war die einzige Weg, um herauszufinden, was sie zu erinnern. Sie war sein Labrat. Also, du hast sie? Sie war es. Sie haben ihn. Sie waren bereits auf und verletzten. Er hat sich, Roxas ist wie unsere andere Freundin. Sie ist weg. Sie müssen das akzeptieren. Sie wollen. Sie haben ihn zurück. Sie sind weg. Sie sind weg. Sie sind weg. Sie sind weg. Ja, ich brauche sie nicht. Ich habe immer gesagt, dass sie dich verletzten, die Träume aufzunehmen. Wenn du dich verletzt hast? Ich schlaue dich morgen. Ich erwarte nicht mehr. Die Träume. Die Träume. Die Träume. Die Träume. Berndst du dir. Du bist alle. Wie lange hast du kennengelernt, dass ich mit dir war? Du hast mich schraubt. Hm. Ich glaube, dass du mit einem Grund gekommen bist. Ich habe nicht viel von mir als Replika gemacht. Ich war ein Fehler. Und nachdem du und Sora weitergezogen haben, mein Körper in Ruhe, und die Schmerzen nahm meine Schmerzen. Ich war bereit, um zu verabschieden und zu lassen es passieren. Und dann bist du. Du hast das als ein Zeichen genommen? Vielleicht. Ich würde lieber mit dir beendetern, als in Schmerzen. Das ist das du willst? Ja. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich habe eine letzte Sache, um zu verabschieden. Natürlich. Ich bin noch ein Zeichen. Geht das Zeit, wie du brauchst. Hm. Hey, warum ist Riku da allein? Er hat gesagt, er braucht Zeit für sich selbst. Wir lassen ihn sein. Hier! Huh? Der Kampf am Morgen wird noch unsere schwersten. Ich will sein Teil der deine Leben, egal was. Das ist alles. Kairi, ich werde dich sicher halten. Ich werde dich sicher halten. Zwei, ich ... Oh, ja. So, bevor wir jetzt aber in die neue Zone reisen, wo ich euch übrigens auch in den Gummi-Chat-Flug mitnehme, was ich ja sonst nicht mache, weil das im Grunde immer ein bisschen Zeit frisst, aber ich kann euch gleich einen mini kleinen Spoiler geben, der nicht sonderlich schlimm ist. Es wird wieder einen Gummi-Chat-Boss-Fight geben beim nächsten Mal. Deswegen werde ich den Gummi-Chat-Flug mit ins Netzplay reinnehmen und dann beginnen wir, das neue Gebiet anzusteuern. Und damit ein bisschen Spannung bleibt, zeige ich jetzt noch nicht, wo es hingeht, was denn dieser schicksalshafte Ort ist, wo sich diese sieben Schlüsselschwert hüter nun hinbegeben müssen. Denn wir sind schon wieder am Ende dieses Parts angekommen und ich würde sagen, es ist ganz gut, dass die Parts wenigstens gerade keine Überlänge bekommen durch die ganzen Cutscenes. Auf jeden Fall bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und seid gespannt aufs nächste Mal, denn es wird auf jeden Fall noch echt sau-episch. Aber bis dahin, danke fürs Zusehen, ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.